Hanska, jetzt ein paar Tage nach der Nachricht hast du schon verdaut, dass du beim Turnier nicht mitspielen kannst bei U21. Was heißt verdaut? Ich bin natürlich enttäuscht. Ich glaube, das ist auch selbstverständlich, dass wir lange Quali gespielt haben, über einen langen Zeitraum uns vorbereitet haben im Trainingslager intensiv auf dieses Turnier. Ich mir auch viel vorgenommen habe und dann im letzten Moment vorher auszufallen, ist natürlich bitter. Aber mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich wünsche dem Team das Beste, dass sie so weit wie möglich kommen. Und für mich persönlich, dass ich einfach nach vorne gucke, dass ich so schnell wie möglich wieder fit werde und dann in der neuen Saison wieder angreifen kann. Das ist ein positiver Mindset auf jeden Fall. Wie sieht in den nächsten Wochen die Planung jetzt aus? Ja, ich bin jetzt ja schon wieder hier mit der Reha langsam gestartet. Jetzt in der ersten Woche oder in der ersten anderthalb eher viel Behandlung, noch nicht viel aktiv, weil natürlich auch die Wunden von der OP erst komplett ausheilen müssen. Ja, und danach geht es aber relativ schnell wieder los mit Lauftraining, mit aktiven Sachen, Beinkraft vor allem. Und ja, wie gesagt, versuche ich mich einfach so gut wie möglich, schnell wie möglich wieder zurückzuarbeiten. Heute Abend geht es ja los gegen Israel. Farid ist auch unter anderem Medaille, Farid Alidou. Wo guckst du es? Ja, ich gucke es auf jeden Fall zu Hause. Wie gesagt, wünsche ich den Jungs das Beste. Ich hoffe, dass sie einen guten Auftakt heute haben mit drei Punkten, die extrem wichtig sind. Weil ich denke, wenn wir das Spiel gewinnen sollten, sieht es schon sehr gut aus. Und ja, ich gebe alles von zu Hause aus. Kannst du noch in die Kamera den Jungs noch ein paar Verworte anrichten, dann können wir das denen noch schicken. Jungs, gebt alles heute Abend gegen Israel, holt die drei Punkte und viel Erfolg im ganzen Turnier. Dankeschön Ansgar dir und trotzdem Kopf hoch und wir hoffen, dass du bald wieder fit wirst. Dankeschön. Jungs Sinn 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 Sinn